Hallo, hier ist der Malmo aus Borken. Ich werde euch heute eine Freihand-Färbetechnik zeigen, das Balayage. Das heißt, der Ansatz ist etwas satter und die Spitzen sind etwas heller mit einem weichen Verlauf. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 So, wir sind jetzt fertig. Ich hoffe, euch hat das Balayage gefallen mit dem schönen Verlauf, den man hier deutlich erkennen kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked uns einfach. Bis zum nächsten Mal.